Ach Leute, liebt es nicht auch, einfach hier so angeln und hier einfach am Rand des, äh, keine Ahnung, am Rand des, äh, Flusses? Ist das nicht wirklich ein Fluss? Aber ich hab sogar vorher einen Kugelfisch gerade gefilgt. Wie gesagt, äh, willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo hier mit dem komischen Schad und mit einem Pufferfisch, mit den, mit den, mit den, äh, Kartoffelpuffer, mit den Kartoffelpuffer. Jo mei. Ja, willkommen zu einer Folge Minecraft Apollo. Vorige Folge, waren wir bei Flo drüben, wie gesagt, recht soll man hier ausstecken. Äh, waren wir bei Flo drüben. Äh, es waren irgendwelche, irgendwelche, äh, Turrets, Auto-Turrets, Portal-Turrets, irgendwas-Turrets, ähm, und haben irgendwie, ähm, haben irgendwie mich, Dings-Tier, äh, haben mich irgendwie, ähm, abgeschossen und mehrmals getötet ist. Und, äh, genau. Nämlich wollte ich heute eine große Ankündigung machen. Nämlich wollte ich heute sagen, ähm, genau, äh, warte, die Folge, glaube ich, kommt Mittwoch oder so, ich denke Mittwoch, äh, oder, oder Donnerstag. Äh, nämlich morgen, also, äh, also, übermorgen oder morgen, am Freitag den, äh, warte. Warte mal, was? Freitag, der 24. Jänner 2020 ist ein Livestream, äh, Border-Livestream. Also, wenn du so genau du, äh, dabei sein willst, wie gesagt, äh, wie gesagt, äh, schaut vorbei. Äh, aktiviert die Glocke hier, weil dann, äh, verpasst hier nichts, also keine Livestreams auch. Und, äh, genau. Nämlich, äh, wo gebe ich denn, äh, den, äh, den Kartoffelpuffer, den Pufferfisch rein? Glaubst du jetzt einen Fischchen oder so? Ich habe noch so einen Tee. Äh, genau. So, jetzt kann ich schon nehmen, äh, dass man schmelzt, so, Redino. Nämlich, hat nämlich, ähm, ein Typ hier in die Kommentare geschrieben, dass, äh, warte, ich kann es gleich vorlesen. So, Feather, Feather Redinos. So, äh, bam. Ähm, und Feather, äh, nämlich hat er in den Kommentaren geschrieben, dass ich, ähm, mal ausprobieren soll, äh, ob, äh, Goldie. Weil, Goldie kann jetzt irgendwie, äh, also, Goldman Scharf, kann jetzt irgendwie anscheinend, äh, meh oder so machen. Also, ich habe keine Ahnung. Äh, keine Ahnung, also, äh, habt ihr geschrieben, dass ich irgendwo, ja, hallo, Goldie, meh. Dass ich, äh, Goldie hier, äh, Matheaufgaben stellen soll. Also, so, so, so. Nicht, Goldie, wo bist du? Äh, Goldie, die Gold, Gold. Äh, ai, warte mal. Wo ist denn Computer her? Hast du etwa wo gestohlen? Goldie, die Gold, Gold? Ne, ich, äh, warte mal, ich habe hier eine Matheaufgabe parat. Warte, ich kann es mal gleich in den, äh, Chat schreiben. So, eine Sekunde. Es ist nämlich, äh, Leute, das, äh, das kann, das weiß ich mal nicht, warte. Eins, drei, 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 oder, Leute, machen wir einfach, machen wir einfach vier dreien, oder? Eins, drei, drei, sieben, äh, hoch, oder wie soll ich hoch zwei schreiben? X, X hoch zwei, ah, jetzt geht's, komm, äh, hoch zwei. Äh, Goldie, warte, ich mache mal meinen Rechner auf, warte, mach mal meinen Rechner auf. Äh, der Rechner gibt, ähm, warte, eins, warte mal, äh, eins, drei, 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 sieben, hoch zwei, ergibt 17 Millionen, das weiß ich, ich schreibe es mal in den Ingame. Okay, 17, 708, warte mal, warte mal, warte mal, ich kann mal sagen, was mein Rechner macht, okay? Sieben, fünf und fünf und sechs, neun. Hä, äh, äh, warte mal, Goldie? Äh, warte mal, warte mal, mäh, wo, wo, hast du ein Taschenrechner, äh, wo, hast du ein Taschenrechner in den Computer eingebaut? Oder warum, wo, 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 was Goldie, das, das, das 17 Millionen, ähm, mäh, 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 ja, ja, alles klar, ja, Gold. Ähm, ja, alles klar, Leute, ähm, anscheinend war es Goldie, wie man rechnet, also, ich hätte nie im Link gewusst, das, äh, 133, 37, ähm, 17, äh, 17, 18, 17 Millionen, 1718.000, 57, ähm, 17 Millionen, 778.000, ne, warte mal, hä, das sind Milliarden, oder? Doch, das sind Milliarden, 17 Milliarden, 778.000.000, 755.569, Leute. Oh, mein Gott. Okay, ja, wie gesagt, äh, Folge, Folge, waren wir bei den Turrets, äh, wo wir, äh, gerade stehen geblieben sind. Und Folge, vor allem, noch vergessen hier, nämlich die Enchanter-Quest, Leute, ja, Enchanter, Forscher, wo waren die Enchanter? In Folge, haben wir vergessen, wo die, äh, wo der Enchanter ist. Business, besitzt zumindest drei Shops, wir haben momentan zwei. Ja, obwohl, der dritte ist noch nicht ganz offen, aber, ich mein, schau mal, schauen. Äh, das Event, Apollo Event, keine Ahnung, Fortnite Event, oder, keine Ahnung, äh, wo ist das Enchanter-Event, äh, Enchanter-Event, das ist Enchanter-Things, alten, vergessen, Weltreise, Level, Level Up, war das das? Schade, neue Fiechke, von Haus der Freie, keine Ahnung, Goldie ist immer noch der alte Goldie, ähm, Jäger, Töte von den Goblins, Heys, äh, wo war denn das mit Enchantment Book, also mit, 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 mit Enchantment Table, äh, Schüler, irgendein weiterer Quest von Gott, äh, das vielleicht, Tetra, eine Linie von 16 Chunks, äh, Legion, Leute, bis jetzt 150 Chunks, äh, das hab ich sogar schon, hatte ich sogar schon, oder, Legion, Leute, aber momentan ist es wieder gesunken, äh, Profi, erledige 100 Quests, äh, 50%, das Event, wo war denn das, Leute, äh, Profi, 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 Dekoration, Freizeit, öffnen ein Schnitzelhaus, ja, das kann ich natürlich auch machen, ein Schnitzelhaus, baue eine Disco, lol, was, eine Disco, Schutz, äh, erschaffe eine Eisengohle, richte eine Kuhfarm, äh, Königreich, zwei Sacropoles, Leute, wo war denn das, Leute, äh, das kann ich auch demnächst machen, mit so Geheimgängen, gell, äh, äh, Leute, ich muss das jetzt finden, wo ist das, ähm, Photoshop, Trolling, Buh, war das im anderen Dings, nie im Leben, oder, Kanaltausch, wenn man Kanaltausch, auch von Hüllschieslern, Dings von, Wohltäter, insgesamt spawnen, Apollo, hä, Leute, Bettine, äh, 1000 Dollar nur Shops, level up, hab ich das schon, ich glaub, ich hab das schon, oder, Leute, hier hab ich geschrieben, von drei Folgen, oder so, ich hab die Folge vergessen, dass ich irgendwo hier, ähm, Schüler, ach, wisst ihr was, Leute, ähm, ich lass das jetzt einfach mal so, jo, mein König, der unter Zauber ist, ja, das hier ist auch mehr oder weniger egal, jetzt, äh, genau, nämlich, ich wollte jetzt noch, ähm, äh, zum Spawn schauen, und, äh, ne, warte, ich wollte eh Quest erledigen, was gibt's, was kann man hier für Quest erledigen, äh, Wohltäter, ich dir das genannt, insgesamt spawnen, Forscher, craften ein Enchantment-Table, genau das war das, äh, craften ein Enchantment-Table, man braucht kein, Leute, ich hab geschrieben, äh, also, Julian, du bist echt dumm, weil ich hab mir ein, äh, Android gecraftet, ich dachte, man braucht ein Android, ein, äh, ein Craften-Table unten oben, aber nein, Leute, man braucht einen, nur einen Enchantment-Table, jetzt könnte ich eigentlich, wann mal, äh, Enchantment-Table, ich muss den ja craften, gell, ich hab noch irgendwo Obsidioni, Obsidioni, Anio, so, äh, ein Buch, boah, ich glaub, ich hab, ein Buch hier drüben, das weiß, so, so, und wie gesagt, ja, das ist ein Job für Silvester, äh, ich hab sogar, ich hab schon von ein paar Leuten, äh, das gesehen, so, Happy Birthday, ich glaub, das geht auch, das Happy Birthday, Dings, äh, das ist ein Flo, äh, Topsst, kann ich das haben, ich, oh mein, so, äh, wenn ich jetzt irgendwie, so, mach, ähm, und so, das geht auch safe mit dem Floß im Buch auch, oder? Geht das? Es geht nicht, Leute, wir machen natürlich ein Buch mit, äh, Later und, äh, Papier, haben wir Papier irgendwo? Papier, 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 Papierus, Papier, Papierus, 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 äh, Papier, wir haben noch irgendwo Papier gehabt, oder? Ja, ihr wisst ja was, Leute, da mach ich den, den Dings mal woanders, ist egal, mei, da mach ich den, äh, vielleicht Ende der Folge oder so, Jo, mei, so, äh, nämlich, wollte ich jetzt noch drauf schauen, ob da Villager irgendwas Neues hat, weil die haben ja so eine Kirche errichtet, denke ich, aber, keine Ahnung, schau mal, und, äh, die haben ja richtig viel weitergebaut, gell, die haben jetzt so die Wand auch weitergezogen, hallo Villager, und hier sind, glaub ich, auch mehr Villager, hat der ausgebaut, ich denke schon, oder? Äh, hat der ausgebaut, so, auf jeden Fall auch so ein Dings, jetzt so ein Neues drin, aber so ein Schmied, ey, hallo, wie cool, so ein Dings, was ist das, so ein, äh, so ein, äh, Brunnen oder so, mit Lava, alles klar, und hier ist so eine Kirche, denke ich, ist dies, ist dies eine Church, ja, Tatsache, hallo, wie cool, Leute, so ein Kirchturm, hallo, alles klar, aber richtig cool, hier ist so ein, so eine kleine Kirche, und ich komm hier nicht durch, so, äh, nämlich, ich will jetzt zum Villager-Dorf, äh, schauen, äh, ob ich hier eventuell, ob, ob es hier eventuell irgendwas Neues gibt, jetzt, hallo, äh, äh, Servus, grüß dir die Wadl, der Villager, ah, hier steht er, hey Villager, ähm, äh, wie, wie, wie war der Tag, wie ist der Tag, wie ist der Tag gewesen, hey, hast du die 10 Rosit schon, stimmt, die 10 Rosit, weil ich hol's kurz, ah, da hab ich die 10 Rosit vergessen, johmei, so, jetzt hab ich die 10 Rosit, her, Villager, her, ein bisschen Schoffler, ja, johmei, ähm, so, ähm, nämlich, gibt es irgendwas Neues, wollte ich fragen, ob es irgendwie, ähm, eine neue Tat gibt, einen neuen Helden, einen neuen irgendwas, äh, was gibt's denn Neues, ein Knopf, was ist denn, ähm, was ist denn hier, also die Maschine, gell, äh, die 10 Rosit, soll ich sie etwa reinlegen, oder was, ist nämlich meine Saphir und so auch noch drinnen, ähm, okay, legen sie bitte in die Kiste, okay, äh, das 10 Rosit, rein, jetzt sollte komplette, äh, komplette, alles da sein, und, äh, jetzt reingehen, oder, die Maschine sollte fertig zum Abflug sein, zum Abflug, alles klar, aber davor kommt bitte noch einmal mit mir jetzt, okay, äh, also ich wollte, ich wollte schon so überflüssig sein, so, ähm, äh, was, was ist, was gibt's denn hier, Sam, ähm, äh, ja, guter, alter Villager, hier ist er auch weiter ausgebaut, ähm, ah, hier ist es, okay, ähm, was ist denn hier, da ist so eine richtige Karte, hier ist eine kleine Karte, die mit Hilfe des Gerätes identifizieren konnte, äh, alles klar, ich glaube, damit hat das Gerät hier unten, ähm, also mit die Bücher, sie sollte dieses, äh, sie ist, so sollte diese unsichtbare Dimension aufgebaut sein, äh, wahrscheinlich, warte mal, was ist ein Viereck, hier ist ein Wasser, nicht genau, was ein Viereck ist, und hier ist ein Schloss, äh, komisch, ähm, ja, aber alles, alles klar, der hat wahrscheinlich hier selber angemalt, das ist wie eine Karte, das hier soll irgendwie so eine Art Raumkarte sein, hier ist ein Schloss, alles klar, hier in der Kiste habe ich eine sehr gute Ausrüstung für dich, oh, mein Gott, was ist das, eine sehr gute Ausrüstung, äh, lol, Commander Boots und so, ich lege mal meinen Limonka und so rein, also das sind, nehme diese, um dort nicht getötet zu werden, alles klar, okay, dann nehme ich das mal, ähm, das Schwert ist aus einem sehr, sehr alten Material von einer anderen Dimension hergestellt, Skelettalsort, ja, kann ich mir auch denken, ich gebe mal das Wichtige irgendwie da rein, die könnte ich mir vielleicht auch mitnehmen, so, bam, 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 schreibt ja, jetzt habe ich da damals, wo ich noch bei einem anderen Dorf war, durch eine Dimension, durch eine Dimensionsreise bekommen, alles klar, eine Dimensionsreise, not bad, not bad, so, äh, ich nehme mal die Rüstung, nutze dir das jetzt, um dich zu verteidigen, alles klar, okay, die Rüstung ziehe ich mal aus, mein, saftiges, oh, lol, der hat sogar eine, die Facemaske, die Gasmaske ist Pflicht, ja, habe ich schon gedacht, ähm, alles klar, dort gibt es nämlich keine Luft, ja, ist auch eine, warte mal, eine andere Dimension, die sind richtig viele Herzkanister, stärke Potions, nicht viel Pfeiler, ich lasse mich die Pfeiler mal irgendwie da, oder so, lol, okay, warte mal, alles klar, wie viele Herzkanister sind das denn, äh, so, warte mal, wie viele Herzen habe ich jetzt, oh, ich habe eine gelbe Herzreihe, lol, Leute, ich habe jetzt, glaube ich, drei Herz, oh, mein Gott, okay, alles klar, lol, Leute, oh, mein Gott, aber die Rüstung, komm mit, äh, wahrscheinlich wieder runter, oder, ich lasse das mal hier, in der Hoffnung, dass, ähm, dass ich nicht wirklich, äh, dass es hier auch bleibt, okay, oh, mein Gott, wie ist ein richtiger Reisender, ähm, okay, Leute, ich weiß nicht, ob ich Freddy bin, wie sieht es irgendwie komisch aus, hier, so eine kleine Zeitkappe, stelle ich in die Maschine und sage mir, wenn du bereit bist, ich würde sagen, ich bin ready, äh, geht's los, äh, Leute, zusammenhalten, ich fühle mich wieder achtmal, oh, Raummaschine gestartet, Version, 00, was, wop, 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 Leute, oh, ah, wo, 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 Leute, hat es geklappt, bin ich da, wir haben welche Geräusche, hallo, Leute, ich denke, es hat geklappt, das ist ein Schest, Bottle of Enchanting, Iron Box, alles klar, ein Boot, noch ein Boot, alles klar, hä, wo bin ich, und, hä, bin ich vergiftet, also, ich bin hier auf den, bin ich auf den Blöcken vergiftet, oder was, Poison 3, nee, warte, ich hab Dauerpoison, lol, hier sind irgendwie Dings, ich geh mal nach vorne, äh, oh, ich geh mal hier schnell weg, weil, in der Luft bin ich nicht, oh, nein, da sind richtig viele Viecher, jetzt auch wieder irgendein Dings, der gibt mich, oh, nein, äh, so, warte mal, bin ich hier, hier bin ich, ich bin ich, äh, gut, okay, ähm, wo bin ich, und, wer bin ich, und wie bin ich, okay, das ist giftig, warte mal, hier hab ich Poison, now see ya, okay, das, die Blöcke sind giftig, denke ich, so, was ist das, okay, das ist nichts, ähm, was ist das, Toxic Waste, jawel, Toxic, okay, ich bin schon wieder vergiftet, weil ich hier drauf gestiegen bin, ist ganz gar nicht gut, alles klar, okay, da sind ein Viecher, oh nein, das greift mich an, oh nein, sterb ich jetzt, oh, oh, Leute, schnell weg, schnell weg, schnell weg, oh nein, Poison 3, ganz gar nicht gut, aber hier ist auch wieder eng, ja, ich flieg mal hier weiter, hin oder so, Leute, da sitzt irgendwer, Leute, flieg da mal hin, da sitzt nämlich irgendwer oben, hm, okay, 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 mal schauen, hier sind Viecher, hier ist auch irgendein Vieh, wow, okay, das Vieh ist einfach explodiert, alles klar, okay, das sind Viecher drin, ich glaube, das ist so ein Turm, wie, es gibt ja auch so ein Mod oder so, was bist du für ein Block, da greedied und steel, alles klar, Leute, hm, mal schauen, kann ich irgendwie auf die Seite hoch, Leute, es kommt, 300 Kuhmuff, Leute, 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 okay, Leute, es hat, keiner funktioniert, sind nämlich hier, Mops, okay, ich kann irgendwie abschließen, okay, eigentlich sind runter, aber ich lock mal die anderen auch rüber, so, die kriegen auch Gift, ich glaube, das sind Giftfalle oder so, wenn ich jetzt mal so mach, aber nie diesen mach, so Leute, äh, ich spawnen immer mehr, warte, ich kann's glaube ich killen mit dem Schwert, oh nein, von hinten auch noch, oh nein, so, lololololololol, okay, ist grad, warte mal, hab ich fackeln? ja, hab ich, es sind immer noch mehr, aber ich mach mit dem Schwert anscheinend genug Damage, alles klar okay soll auch mitnehmen und wieder eins kommt explizit viel leute die wollen schon wieder herrschwimmen leute ich wollte immer wieder welche so leute dürfen ich nicht runter schmerz das ding so nice das heißt all right links runter ich hab gift von leiderte erst mal hin erst mal hier erst mal hin richtig viel dings habe ich kriegt brot weg alles klar leute falls noch eins richtig viel sowas dran wuchs dings das andere kann irgendwas box box ist lumping was ist jetzt noch so ein teil als gas was geht hier ab alles kaputt ist so viel block und einleitzen so da nein 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 schnell runter schnell runter schnell runter oh mein gott leute warte mal hier die unnötigen sachen was brauche ich nicht aber ein box brauche ich auch nicht leute ich brauche die sachen nicht so leute okay muss jetzt taktisch vorgehen okay so leute so okay hier auch zu bauen okay der wopsin anscheinend irgendwie viel zu stark ok leute jetzt mache ich die 300 kuchen hoch so 300 kuchen hoch nach oben leute ja der 300 kuchen hoch ist dass man hier einfach nicht reingeht das sind wahrscheinlich viele sachen drinnen aber leute ich brauche mich jetzt einfach hier hoch wie oben ist das denken ist das ein boss oder so was jetzt genau was hallo da bist du ein boss nee ist das hallo schön dass du gekommen wenn man es wäre so vorne fahrse von der fahrse vorne schön dass du gekommen bist alles klar du hässliche bewohne der erde warum hässlich 1 ganz was für hässliche bewohne der erde alles klar ich habe noch paar dinge lange war es her als mein vater mich belogen belogen hatte alles klar damals war damals waren es noch schönere zeiten alles klar war mal schöne zeiten ich weiße von ne zeiten mein vater hat er ein kind warte mal du bist zeiten tochter nehme ich an warte mal der kreos der zeiten nachfolger alles warte mal der zeiten nachfolger ich glaube das ist der andere sohn von zeiten ich habe nicht mal gewusst dass zeiten sohn hat er hätte es werden sollen haben warum ist er nicht worden aber kore wurde entführt wer ist kore kore schaffst du in die kommentare es war ein sehr schlechter tag alles klar sehr schlechter tag jetzt kann ich mir auch einbilden wenn kore entführt wird jetzt verschwindet unter deines zeiten warum ich verschwinde alles klar ich werde dich unter den kopf verdienen nein 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 okay ich glaube das war es